Jo Leute, was geht? Willkommen zum neuen Unboxing auf diesem Kanal, Freunde. Ja Freunde, als erstes, danke für 900 Abonnenten auf diesem Kanal, Freunde. Das ist wirklich ein riesen Mainstein, den wir erreicht haben. Schreibt in die Kommentare, was für Real Life Videos oder einfach Videos wollt ihr sehen? Und jetzt, nach dem Intro geht's, los! Ich habe mir etwas bestellt und so habe ich auch im Mainstein gesagt, dass etwas Neues kommt. Meine Freunde, dieses Video wird nicht irgendwie gesponsert oder so, das habe ich mir selber gekauft. Nur, dass das mal gesagt ist und sonst würde ich es oben in der Ecke einblenden, wenn es Werbung wäre. Und zwar von Rocket, Freunde. Ihr seht, es sind drei verschiedene Sachen. Ja, wir bekommen regelmäßige Livestreams und täglich neue Gaming Videos. So Freunde, wir starten mit dem Headset. Ich gebe das mal weg und jetzt hier. Du bist ein bisschen noch verklemmt, oder? Oder? Vielleicht ein bisschen noch verklemmt, oder nicht? Oh nein! Oh nein! Ja, moine! Läuft! Läuft mit dir! Läuft! 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 Auch schon! Das ist gerade noch was! Ey, das wird sich so klein an! Wirklich, Rocket! Das ist der Hammer! Das ist der Hammer! Wirklich! Vielleicht habt ihr schon im Greenscreen-Unboxen gemerkt, dass die Mikroqualität besser geworden ist. Ich habe jetzt das rote Mikrofon installiert, Freunde. Und schenken wir an, wie die Qualität vom Mikrofon ist. Gut. Das hätten wir offen. So. Und jetzt. Sehen wir es jetzt mal raus. Ok, da ist nichts mehr drin. Mal auf die Seite. Oh! Jo! Ok. Was ist das wieder? Lass uns mal gucken, wie viel die Rache ausklippen wird. Bei jedem Rache. Die Anleitung. Die Anleitung zum Headset, Freunde. Gut. Und jetzt komme ich hier. Warte. Warte. Ist das? Kabel! Freunde! Was? Was? Was war ich da? Ne, guck mal. Ich glaub doch nicht. Zehn Meter Kabel für ein Headset, Junge! Ah, das fühlt sich nicht schon mega geil an. Freunde, das ist ein Headset, das hinten noch mit LED dann beleuchtet ist. Und schon vom Füllen her. Ganz... Ey. Ah, der Tisch! Ok, Freunde. Das ist ganz ehrlich. Das fühlt sich schon mega. Ok. Freunde. Das fühlt sich mega geil an. Ey. Top Qualität. Ey. Das ist wieder geil. Die Seite. Jetzt kommen wir zur Rocket Boost Pro. Die neue Rocket Maus. Ich habe ja im Moment die Rocket. Die hat noch keine Scheisse an. Äh... Co... Äh... Co... Ich weiß gerade nicht. Ich bin genau wie der jetzt. Aber es geht hier. Gut. Das ist auch auf der Seite nach. Ja. Das ist die, Freunde. Die werden wir jetzt auspacken. Zusauen! Hier in diesem Video. Ne, wirklich. Mann. Ey. Jetzt geht's. Und nicht zerstören. Deine Seite. Ja, perfekt. Perfekt. Und ja, Freunde. Auf diesem Kanal werden immer ein- bis zwei-mal in der Woche ein Video kommen. Nur, dass Ihr auch nicht bei uns warum nicht ab jedem Tag mitgekommt. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was macht Ihr für... ...unnersehen. Also, ich will nicht abgehend davon. Ja, egal. So. Und da. die installation und was ist das? hochkleber Hallo? Okay. Fakt die Seite und jetzt kommen wir zu meinem neuen Rocket Maus. Wow. Okay Freunde, die sieht ja mal mega aus. Oh, auf der Seite noch. Wirklich, die sieht mega aus. Und jetzt kommen wir zum größten von allem. Freunde, und zwar das Mauspad. Ja, ihr habt echt gewusst, das sind Mauspads, Freunde. Oh, aber das ist so groß. Das ist eigentlich so groß. Aber ja, uh. Okay, das Garten sieht so mal mega aus. Das sieht wirklich mal mega geil aus. Und Freunde, ich habe noch alte Unboxing-Videos gefunden von meinen Assassin's Creed Figuren. Wollt ihr, dass ich die reuploade auf diesem Kanal? Wenn ja, gib einen Daumen nach oben, schreibt es unten in die Kommentare, weil es wäre sicher geil, wenn ich alle Unboxing-Videos hier auf diesem Kanal hätte. Auch wenn sie schon wirklich etwas älter sind, aber es wäre wirklich geil. Okay. Okay. Bruder, kommst du hier raus? Irgendwie? Oder auch nicht? Ach, jetzt. Die ist leer. Okay. Hier ist alles drin. Okay. 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 Freunde, das ist typisch. Die Installation. Okay, Freunde. Wie? Ich nehme mir das auseinander, ohne hier etwas zu zerstören. Okay. Ist so aufgebaut. Boah, okay. Freunde. Freunde, das ist das Moda. Das Moda. Das Moda. Mit natürlich dem USB-Kabel. Warum USB-Kabel? Genau. Das hier hat LED. Freunde, das hat LED. Dieses Rocket Pad hat LED, Freunde. Das ist das, warum ich es mir gekauft habe. Einmal das LED, die Maus und jetzt das. Freunde, würde ich sagen, wenn euch dieses Unboxing-Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Lasst mir ein Abo da. Schaut auf dem Game-Kanal vorbei. Lasst dort vielleicht auch ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und sonst sehen wir uns im neuen Video wieder. Bis dahin. Haut rein. Und heute, die Strokes. Ciao.